So, weiter geht's mit Wonder Project Jade 2 und äh, ja, sie hat mich wieder angesprochen, aber ich hab jetzt hier nix gedrückt. Wir gehen mal nach draußen und wieder zum, äh, Rathaus, denn im letzten Video hat jemand geschrieben, äh, guck doch einfach mal nach und welche Jobs noch angeboten werden und das ist gar nicht mal so unklug. Äh, das war hier, Town Hall, Blue Land Town Hall. Oh, it's Bert, ja, das kennen wir schon, der Typ sagt jetzt wieder, äh, ich hab keine Zeit für dich, entschuldige mich mal, ja, bla bla bla. Das kennen wir schon. So, auf zum Computer und, ja, mal schauen, welchen Job wir als nächstes machen können. Ähm, Waitress haben wir schon, was ist denn, was ist das denn hier? Coach. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich denk mal, das ist fürs Kino, weil das andere macht, irgendwie Flyer-Händler? Näh, ich nehme das hier mal. Äh, Calling Outflow. Ja, das ist doch, das sieht doch ganz gut aus. Äh, registrieren. So, soll ich mich schon als Fischer auch registrieren lassen? Ne, erstmal nicht. Ähm, wir behalten unser Geld erstmal ein bisschen. Und nun wollen wir mal schauen, ob wir im Kino irgendwie arbeiten können. Ich bezweifle es, aber, äh, wir können es mal ausprobieren. Probieren geht über studieren. Hehe. Ticket-Window. So, der Part-Time-Job? Hehe, well, ich lasse es dir dann. Ihr Payment wird in eure Account. Ja, super. Wow. Hey, everyone, listen, komm und watch a movie today. It's a great past time. Dieser Fischer nervt mich. Der ist hier überall, aber er fischt nicht. Ja, und jetzt? Äh, ich weiß nicht. Der Part-Time-Job? Hehe, well, ich lasse es dir dann. Die Payment wird in eure Account. Äh, kriege ich jetzt einfach Geld, wenn ich das jetzt immer wieder mache? Das check ich gerade nicht so ganz. Äh, irgendwie läuft das nicht so ganz. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh hier. Ich muss ja auch irgendwie was triggern lassen, also... Ich gehe nochmal in den Park. Oh! What kind of behavior is that? Ah, Pearl-san. Oh, Bunny. Pearl-san. Hehe. I'm sorry. My friends have been very rude to you. Rude to you. Äh, no, everyone, apologize. It's too late. We're sorry. Hehe. Um, please, you don't have to worry about me. But doesn't that make you happy, Bunny? Yes. Well, you could become our friend if you wanted to. Eh? Friend? Hehe. Everyone, you all agree, right? Yes! Hehe. Hehe. Wah! Geil, ich hab Freunde. Ja, äh, äh, das wollte ich aber jetzt nicht. Sie wollte eigentlich einen neuen Job haben. Hä, wieso hat sie... Achso, sie hat Geld bekommen. Ähm. Ja, was ist Bunny? Ein Freund, was ist das? Hehe. Oh, sie ist so doof, ey. Okay, aber es wäre so leichter, wenn ich deine Sprache höre könnte. Ja, manchmal... Es wäre besser, wenn du meine Sprache hörst. Hm. Egal. Äh, dann gucken wir nochmal hier nach. Ich gucke jetzt überall nochmal nach, wo irgendwas passiert ist. Vielleicht hat sich irgendwas geändert. Ah! Äh, hey, das ist Reus. Ja, es wird wahrscheinlich nichts. Hä? Hä? Ich hab doch nichts gemacht! You mean it? Aren't you lying? Oh, you don't believe me? Yeah, äh, my name is Pi... My name is Poco. Der wollte doch irgendwas anderes sagen. Pino wollte er sagen. Pleased to meet you. Hehe, I'm Bunny, you're welcome. Hehe, du bist Pino. Mich kannst nicht verarschen, Junge. Äh, das ist jetzt irgendwie ganz witzig, dass jetzt überall was passiert. Ähm, wir gucken dann mal... Pff, guck mal hier mal. Vielleicht passiert dir auch was. Nee, sieht nicht so aus. Hm. Hey, son, somehow I have a really bad feeling about this place. Ja, das hatten wir schon mal. Ja, tut mir leid. Lauf weg. Ha. Hm, hm, hm. Wo könnten... Ich will eigentlich im Hospital arbeiten, aber... Na, wir gucken noch mal nach. Aber wahrscheinlich sagt sie wieder, höh, hier riecht es komisch, bla bla bla. Äh, ja, gehen. Ich weiß, ich weiß. Ja, 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 ja. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich werde Karen, Karen nochmal besuchen. Vielleicht gibt sie mir einen Tipp, was ich jetzt machen könnte. Hey, Karen. Bunny, we're close for a while. Äh, I almost forgot. Dum, dum, dumm, dumm. Ho, 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 ho. Ah, gucken wir hier nochmal nach. Bei den Minen war ich schon. Publis Office Square. Ich guck nochmal danach. Okay. Some pain, heißt der. Good people, the outstanding Fellini troupe will be performing here soon. Mhm. Scheint wie er so ein Zirkus zu sein. Fellini troupe? What's that? Oh, oh, thank you for asking, young lady. The Fellini troupe is a group of street performers. Our show consists of a phenomenal dance act and an amazing chain-breaking performance. Chain-breaking performance? Dance? Our astounding dancer G.K.L. has even made an appearance in the movie. Isn't that simply out of this world? The movie's name is Sound of Dance. Be sure to watch it someday. But nobody wants to help us advertise the performance. We are in dire need of someone to handle flyers. Ah. Aha. Aha. Gut. Dann weiß ich schon mal, was ich da machen kann. Ähm. Ich guck nochmal hier nach. Da hab ich ja beim letzten Mal so eine Szene mitbekommen. Today we are auditioning for the part of Heroin in our upcoming movie. If you see many movies and have confidence in your acting skills, feel free to participate. Ähm. My, that sounds interesting. First time, are you going to give it a try? I'm sure that shows you in a heartbeat. You'd be an amazing movie star. Haha. No way. Well, I was to become a movie star. Oh, what? Haha. Should I do? Ähm. Ich glaub. Ich weiß, was ich da machen muss. Ich überleg halt nur, ob ich jetzt das mit dem Flyer zuerst mache oder ob ich das mit dem Movie jetzt hier mache. Hm. Ich guck mich mal im Wald um. Ja. Ich mach mir heute so eine Folge, wo ich einfach mir alles anschaue. Blue Land Forest. Haha. Wah. Fast so wie Corlo Island. Hey, son. What? Look. 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 Was ist los? Ich glaub, hier kann man hin, um ihre Laune irgendwie zu fördern. Just like Corlo for... Hab ich doch grad gesagt. Ach, Bunny. My, the flowers are blooming. Hm, beautiful, beautiful. So, help me. Oh, oh. Who? Who? Haha. Just now, was that is, son? Nein, das weiß ich nicht. But that's impossible, right? Then who was it? Iiii! Creepy! Hahaha. Die ist so doof. Hahaha. So, hier möchte ich eher nicht hingehen. Ich glaub, das ist definitiv zu früh. Ich glaub, ich werd das jetzt mit den Movies hier machen. Ja. Scheint für mich ganz cool zu sein. Ja, ich möchte mitmachen. Das ist dieselbe Szene nochmal, oder was? Hm, vielleicht muss ich jetzt erst die Filme gucken. Also, ich denk mal, dass das so ist. Hört sich plausibel an. Weil man kann ja so viele Filme hier gucken. Und einen Film hab ich ja schon gesehen. Dieses Drama, ne? Drama, Drama, Drama. So, wir gucken uns das Poster nochmal an. Which movie should I watch? Battle of Siliconian? Ja, den gucken wir uns jetzt an. Äh. Das war das Silikop... Knopf. Nicht Kopf. Hehehehe. Ja. Sein hier. Jo, jo, jo. Gonna watch Battle of Siliconian. Tschup, 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 tschup. Ah, das Dumme ist jetzt halt nur, dass sie jedes Mal wieder... Ja. Hier beim Hafen. Oh. Naja, egal. Hey, son. The balance circuit seems to have leveled up a bit. Yeah. Cool. Ohne etwas zu tun. Oder hat das irgendwas mit dem Film zu tun? I feel really... I get you right now. Yeah. Yeah, bring it on. I feel like beating somebody up. Nein, das ist nicht gut. Do you want to know the plot of this movie? Ja, bitte. Sonst vergisst du es wieder irgendwie und dann hab ich irgendwas falsch gemacht. Okay, so, da war ein Siliconian soldier und er hat diese Schwimm. Sieht? Sie hat getrunken und auf der battlefield getrunken. Sie hat ihn dankbar, indem er flowern gebt. Und, und, hm. Ja. Mhm. I forgot what happened after that. Oh. Ich hoffe mal nicht, dass die irgendwie zu dumm ist, um die Schwimmel zu verstehen. Das wäre natürlich bitter. Aber egal. Ähm... Wenn das halt jetzt hier nicht klappt, dann mach ich das mit dem, mit dem Flyer. Das ist, das ist ja klar, ne? Also irgendwie werden wir schon hier vor der Hand kommen. Äh, Battle of Siliconian. Nein, haben wir schon gesehen. Äh, äh. Sound of Dance. Ja, das gucken wir uns an. Das ist sogar, äh... Zweifach gut. Das ist einmal gut für die Filmrolle und einmal gut für diesen Zirkus. Weil der Typ ja da mitspielt vom Zirkus. Also von dieser Fellini-Chu. Ja. Sound of Dance. So. Ah, that was fun. Mhm. Dancing. Monkey, monkey. Singing. Hehe. One singing and dancing skills seem to improve just by watching the movie. Ah. Do we want to know the plot of this movie? Ja. Ich glaub, dann muss ich vielleicht für die Flyer? There was this one called... J.K.L. There was a lot of dancing and singing. J.K.L. Nenn ich den jetzt. Ja, J.K.L. Wird's auch ausgesprochen, denke ich. It was so exciting. I became all bouncy while watching. J.K.L. Who always practiced his dancing moves while listening to a music box. Somehow it was really wonderful. Aha. But about the plot I can't sing... Was ist los? Warum kann sie das nicht? Ah, okay. Das ist gut. Monkey. Ja, ist gut. Was ist los? Ich bin plötzlich in so high spirits. Gut. Ich denke mal, das ist gut. Do you understand this feeling? Ja, ich glaub schon. Wieso macht sie jetzt auf einmal so ne Fatze? Hihihi. Oh, hey son. Bist du auch manchmal so excited, dass du einfach nur alles rauskriegst? Ach ja. Ja, nicht wirklich, aber egal. Für das Spiel lüge ich auch. Das ist nicht wirklich unusual, richtig? Äh, ja. Natürlich, manchmal freut man sich so sehr, dass man wirklich alles rauslässt. So, raus. Und dann werden wir nochmal zum Movie Theater gehen. Saxala Cinema. Poster. Ich hoffe, es sind nicht mehr sehr viele Filme. Zum Glück hab ich einen schon gesehen. Nein, haben wir schon. Kennen wir schon. Haben wir schon. Kennen wir schon. Nein, kennen wir auch schon. Ähm, das kennen wir noch nicht, oder? Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. So, okay, fein. Wenn's nicht klappt, dann werd ich echt das mit dem Flyer machen. So. Ähm, was sagt sie jetzt? Ein lustiger Film. Ja. Die Leute in dem Movie preisen die Person im Meer. Ja, mich. Do you want to know the plot of this movie? Aber wahrscheinlich weiß ich es eh nicht mehr. Da was this white-bearded old guy who received a message from the skies. He said some things I don't remember and suddenly everyone kneeled down. Haha. What's this? It feels that I'm being watched by someone. Äh, okay. Okay. Ja. Äh? Oh, was it really just a son? Schon wieder dieser, dieser Stalker. So. Letzter Film, denke ich. Und dann wollen wir mal schauen, ob sich irgendwas getan hat. Bei diesem Studio. Ähm, ich hoffe es mal. Ansonsten war alles für die Katz. Aber egal. So. Nein, 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 nein. 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 Haha. Nein. Was jetzt? The Serious Worker. Okay. Ich glaube, das ist der letzte Film. Hoffe ich mal. So, rein hier. Und dann haben wir ganz viel wieder in dieser Folge geschafft. Nämlich, überhaupt nichts. Haha. Das ist ja schon fast wieder Ende. Fünf Minuten habe ich noch. Oh. Ähm, hey, son. The Leg Strength and the Jump Strength Circuit seems to level up. Ja, cool. Hey, dann mache ich, glaube ich, die Sven gleich gegen den Pino. Äh, if you've seen lots of moves, if you can take part in the audition. Ja, gut. Should I participate? Ja, danke. Geht doch. Hehehe. Ja, hehehe. Voll witzig. Voll witzig, Bunny. Was? Ja. Wieso ist die jetzt nicht rausgegangen? Ich habe jetzt nicht gestoppt gerade. Also, na egal. So, Siliconian Movie Studio. Hallo. Please let me join the audition. So, you'd like to have a go? Well then, follow me into the studio. Okay, please take the mob in front of you and clean the floor. To clean, what does that mean? Oh, nein. I don't know. This won't do. I'm sorry. But please come again. Once you can do it better. Was müssen wir jetzt wohl tun? Ich weiß es nicht. Cleaning vielleicht. Hehehe. Ja. I'm home. So, shoppy shop. Should we buy something? Wir kaufen etwas. Buy. Nein. Nein. Well then, this war a book he may do you good. Mr. Chris will bring forth your hidden skill to practice. Huh? He played important life. Learned several different games from this book. Nein. Hä? Nein. Was ist das? Nein. Hä? Okay, ey. Wenn ich mir das alles so hier anschaue, dann merke ich gerade, wie weit ich erst bin in diesem Spiel. Nämlich gar nicht weit. So, hier haben wir es doch. Back. Go back. Back. Und dann, äh, wollen wir hier üben, oder? Ich, ich werde jetzt einfach hier üben. Den kann, also wenn sie den Besen isst, dann, dann fress ich den Besen. Den kann sie nicht essen. Ganz sicher nicht. Nein, nein, nein. Das ist falsch. Bunny? Nein. So, Mob. So, was machst du jetzt? Ho, 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 ho. Nein. Bunny. If I don't think it's wrong. Ja, ich glaube, das ist wirklich falsch, was du da machst. Ho, ho, ho. So, komm. Bunny. Stubben, stubben. So. Und? Okay. Was jetzt? Wieso? Jetzt hat sie... He, 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 he. Oh, Mann. Jetzt spielt sie da drauf. Ho, ho, ho. Da sind überhaupt keine Seiten dran. Nein. Nicht ein Bad. Nicht ein Bad. Einfach schrubben, Bunny. Mob. So, komm. Nice, Bunny, nice. Danke. Richtig. Oh, so that's how it's done after all. Ja. Mann. I'm not really sure, but it might be done this way. So. Mob. Nochmal benutzen. Mal gucken, ob sie es jetzt wieder macht. Gutes Mädchen. Gutes Mädchen. Wirklich gutes Mädchen. I wonder what cleaning involves. Oh, if I could hear her son's words, I'd understand it immediately. Irgendwann wirst sie mich schon hören. Es wäre so viel einfacher, wenn sie mich hören könnte. Ach so, im Schiff? Ähm. Okay. Dann wollen wir... Nein, 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 nein. Bevor sie mich jetzt hier anlabert. Gut. Ich denke mal, sie will zurück in die Küche. Denn da war ja noch die Dusche. Und vielleicht weiß sie dann genauer, was Sache ist. Was Sache? Ja, aber bevor ich das mache, werde ich an dieser Stelle Schluss machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis denn.